Verstockung kann Gewaltige verblenden, bis sie des höchsten Arm von Stuhle stößt. Doch dieser Arm erhebt, ob schon vor ihm der Ehrenkreis erhebt. Hingegen die Elende, so ihr erlöst. O hochbeglückte Christen, auf, macht euch bereit, zieht die angenehme Zeit, die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag besweist, der Heiland heißt euch Leib und Geist mit Glaubensgaben rüsten. Aufruf zu ihm in brünstigem Verlangen, um ihn im Glauben zu empfangen. Untertitelung des ZDF, 2020